wenn man die netzlisch kennt ist es natürlich echt ätzend ich schmeiß mal dynamit ja ja warte mal vorsichtiger wochen dynamit auf ihn geschmissen wo ist ja fast gut das ist nur ich komme jetzt hier wegen feuer nicht rein alles klar super ich komme gerade vor jetzt wenn ich das erstmal computer spiele wenn man das das letzte mal oder so lange nicht mehr gespielt hat ja das ist schon übel das stimmt so dunkel hier wo ich bin so unten bei den türen musst du aufpassen wenn du rein raus gehst da sind zwei fallen nicht da rein da ist eine falle gerade fragen wo die taschenlampe ist weil das so dunkel ist ich habe mich mal hier in die ecke ach du warst das alles klar ich komme auch mal mit zu dir hier sehe ich wenigstens was das andere war mir irgendwie zu dunkel ok sollte da nicht so auf der kette rumhängen natürlich dämlich wenn man geräusche macht gucken wenn die erste gleich erfolgreich wäre wäre natürlich nice die erste runde ja das stimmt ja hier laufen welche rechts von mir also irgendwo da ja die verbannung dauert immer länger wie mit so einem 650 kam oder der ab es geht gar nicht ne jetzt haben wir auch gesehen rechts von dir in der tür stand der so beide abgemackelt ja wow super da ist noch eine muss mich da echt mal daran gewöhnen überhaupt gar keine reflexe mehr verbindet er sich denn nicht ach so man muss jetzt mit der rechten maus dass er ist immer halten ist ja neu obwohl er hätte ich gar nicht machen brauchen weil ich die trophäe auf sammeln auch vorne vor uns hier auch da sind ganz viele alter wer hat nicht geklappt du hast einen erwischt ja schnauze voll gehabt jetzt muss ich aber auch mal ein bisschen hier ballern so jetzt ist aber wenn ich das sehe durch meinen blick hier erstmal alles frei okay ja ja ich glaube schon dann lass uns abbauen ja trophy eingesammelt ja trophy eingesammelt war sehr gut alter die erste runde ist immer ein krampf ja ich meine versorgt ich gucke dahin ich sehe den typen der ball hat mir in die rüber oder so tot dann lässt du mich auferstehen dann gucke ich dahin mich wieder und dann habe ich wieder aufbauen ja ich bin dann zweimal von der seite der killen lassen ja so durfte man nicht sein 3 sekunden sicht auch hier bei mir ist jetzt empty okay dann gucke ich kurz bevor wir da sind mhm war nicht schlecht dann haben wir vier stück oder so gekillt glauben ja also dann einsatz war ja auch genial ja auch richtig gut ja vor allem der auch nur bei hunde auch nur weil der mich vor allem aber auch nur weil der mich voll verfehlt hat der hatte mit mit seiner komischen schrotflinte überhaupt nicht getroffen mhm sicht hinter dir alter ach wir brauchen wir geradeaus ne genau man 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 das ist ja schon ein abenteuer hier da sehe ich auch keinen also ich habe nochmal mit der sicht geguckt mhm so extraktion beginnt sehr gut ich sehe niemanden das sieht echt gut aus mhm ich würde sagen wir haben uns fast warm gespielt ja noch sind wir nicht ganz raus ne aber aber dass die durch das dynamit so ähm gestorben sind hat mich aber auch gewundert echt das war richtig gut ja 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 ja